Hallo, hier bin ich wieder, Federico Kurz, der neue Klarinetist der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Ich spiele heute für Sie in Begleitung von Setterer Schaffee am Flügel ein emotionsgeladenes Werk der Komponist Rudi Cornelius Widöft. Er lebte in Detroit und war der sohn-deutsche Einwanderer. Widöft, ein außerordentlicher Vituose, schrieb verschiedene erfolgreiche Kompositionen, wie das Wals Vanité, das Sie heute von mir an der Klarinette genießen können. Erleben Sie den unwechselbar lässigen Lebensstil der 20er Jahre, der sich in seinen Kompositionen widerspiegelt. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik